Der bedeutendste Preis für Sportvereine in Deutschland ergeht für das Jahr 2022 nach Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet den Verein FC Internationale Berlin 1980 als Bundessieger der Sterne des Sports für sein besonderes gesellschaftliches Engagement aus. Wenn es die Sterne des Sports nicht gäbe, man müsste sie spätestens jetzt erfinden, weil es eine wunderbare Gelegenheit ist, das Schaufenster zu öffnen und zu zeigen, was Sportvereine in unserem Land leisten. Genauer gesagt, was die vielen Ehrenamtlichen in den Sportvereinen leisten. Mit dem Projekt InterAction für mehr Nachhaltigkeit durch Sport bringt der FC Internationale Berlin 1980 das Thema Nachhaltigkeit in wirklich alle Bereiche des Vereinslebens. Gekickt wird mit fair gehandelten Bällen. Alle Fanartikel werden auf nachhaltige Produkte umgestellt. Alte Trikots werden in einer Upcycling-Nähwerkstatt zu neuen Schmuckstücken. Es gibt eine Kleiderkammer für Tauschangebote und das Catering des Vereins wird auf lokale, nachhaltige Kost umgestellt. Seit 2021 ist der Verein der erste nachhaltig zertifizierte Amateurverein Deutschlands und hat das Thema Nachhaltigkeit fest in seiner Vereinssatzung verankert. Klar, das ist toll. Also das ist der größte Preis, glaube ich, den man im Sport bekommen kann in Deutschland. Und den haben wir heute erhalten. Und ja, was soll ich sagen? Klar, alle happy. Rund 1000 Vereine hatten sich 2022 mit ihrem Engagement für die Sterne des Sports beworben. 17 schafften es ins Goldfinale auf Bundesebene. Eine Expertenjury kürte letztlich die Sieger. Platz 2 ging an das Engagement Kräfte bündeln für Menschen in Not. Ehrenamt schafft viel. Aus den drei Konkurrenzvereinen SV Bad Bentheim, Tos Gildehaus und SG Bad Bentheim wurden Verbündete. Gemeinsam fuhren Vereinsmitglieder 2021 nach der Flutkatastrophe ins Ahrtal und halfen vor Ort tatkräftig mit. 2022 startete das Bündnis mehrere Sammelaktionen für die Ukraine. Und der Tag der Vereine besiegelte schließlich die Zusammenarbeit. Über Rang 3 freut sich der Verein FSV Großkreuz für sein Engagement Sportverein im Wandel. Vom kriselnden Einspartenverein zum Sportverein für die ganze Familie. Starkes Mitgliederwachstum trotz Corona. Mit vielen neuen Angeboten, vom Bambini bis zum Gesundheitssport Ü60, schaffte es der Verein mit Hilfe der Gewinnung von 30 neuen Übungsleitenden innerhalb weniger Jahre von 70 auf über 400 Mitglieder. Zum insgesamt 19. Mal haben der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken Raiffeisenbanken mit den Sternen des Sports das gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen gewürdigt. Der Wettbewerb gilt als der wichtigste im deutschen Vereinssport. Es ist immer wieder toll zu sehen über die Jahre, mit welcher Kreativität die Vereine Themen aufgreifen, die gerade auch aktuell sind. In Zeiten der Pandemie wieder Kinder zu bewegen, ältere Menschen auch aus der Einsamkeit herauszuführen. Jetzt das Thema Nachhaltigkeit mit aufgegriffen zu haben. Vorher auch nochmal das Thema Flüchtlinge. Insofern, das ganze Spektrum auch unserer gesellschaftlichen heutigen Herausforderung wird immer wieder auch durch den Breitensport aufgegriffen und dafür können wir alle nur dankbar sein. Und das ist wirklich enorm, was diese Leute leisten, wie die die Kinder begeistern, aber eben auch Senioren und Seniorinnen. Und von daher ist das eine ganz wichtige Veranstaltung als Leuchtturm für andere. Seit 2004 loben DOSB und die Volksbanken Raiffeisenbanken die Sterne des Sports aus. Mehr als 8 Millionen Euro an Förderung sind seitdem an die teilnehmenden Vereine geflossen. Der FC Internationale Berlin 1980 erhält für seinen Sieg 10.000 Euro. Und der nächste Wettbewerb hat bereits begonnen. Bis Ende Juni 2023 können sich Vereine mit ihrem Engagement bewerben für die nächste Saison der Sterne des Sports.